In dem Raum, in dem Ihr Bruder gefunden wurde, habe ich auf dem Teppich einen frischen Brandfleck entdeckt. Eine weitere Analyse der Asche ergab, dass die Zigarre mit Strichnähen versetzt war. Das ist völliger Unsinn. Was ist mit dem Abschiedsbrief? Er ist doch in der Handschrift meines lieben Bruders geschrieben. Mit etwas Übung lassen sich Handschriften sehr leicht fälschen. Es erfordert ein geschultes Auge, um gewisse Diskrepanzen zu sehen. Zum Beispiel, ob jemand rechts oder... oder Linkshänder ist. Ihr Bruder war Rechtshänder. Der angebliche Abschiedsbrief wurde von einem Linkshänder geschrieben. Von einem Linkshänder wie Ihnen. Data, er hat es mit rechts aufgefangen. Eigenartig. Es scheint ein Problem mit dem räumlichen Orientierungssystem des Holodecks zu gehen.